hallo liebe leute und willkommen zu einem weiteren graf zocke video mit forsa horizon 2 heute wieder ein weiteres show event rennen und zwar das gegen den zug ich sitze heute im lancia fulvia coupé die rally version mit dem 1,6 liter motor der wagen ist stufe c ich glaube original musste der stufe d sein ist also auch schon getunt wird auf jeden fall ein sehr spannendes rennen wir starten mal in der innen ansicht ich werde nachher noch mal wechseln erstmal geht es innen los also ich finde dieses show event sehr sehr geil mein persönlicher favorit zusammen mit dem rennen gegen die heißluft ballons mit dem anderen land ja hängt wohl auch damit zusammen dass ich ein rally fan bin und einfach bei der autos geil finden aber auch die rennen für die ähnlich ziemlich cool gerade das hier gegen den zug man denkt wirklich die ganze zeit das kann man nicht schaffen aber man kann man kann es schaffen gehen wir mal nach außen wie ich finde auch wirklich sehr sehr geiles auto ich glaube den werde ich auch noch mal racen zählt glaube ich zu den classic rally cars weil ich vielleicht auch noch mal auf türen und ein paar rennen mit dem wagen zeigen schon zu spät gebremst eigentlich kürzen wir mal hier ein kleines stück ab und da ist der zug wieder vorne er hat schon vorteile der zug wenn es nur gerade ausgeht aber wir sind halt doch ein wenig flinker ein bisschen die bessere beschleunigung und da kommt der zug und rauscht unter uns vorbei währenddessen wir über die brücke ballern der zug müsste so um die 140 drauf haben so wie wir jetzt ungefähr jetzt sind wir bei 150 und holen hinein so was muss er drauf haben 140 sachen ungefähr schauen wir mal das rennen ist fast vorbei da kommt er wieder so die letzten paar meter und wir gewinnen knapp aber wir gewinnen sauber coole sache schönes rennen auch coole strecke haben sich wirklich schön ausgedacht die jungs von playground games das soll es dann auch schon wieder gewesen sein für dieses video geht ja nur um das show rennen wie gesagt den wagen werde ich mit sicherheit noch mal zeigen ich bedanke mich auf jeden fall erstmal bei euch fürs einschalten wünsche euch noch einen angenehmen tag euer kraft zocke haut rein ciao Bis zum nächsten Mal.